Die Top 100 Technikprodukte, liebe Zuschauer, sind jetzt unser Thema, aber eigentlich machen wir ein bisschen Sport mit Ihnen. Keine Angst, bevor Sie jetzt direkt wieder zurückschrecken und sagen, ist der irre, mit den Temperaturen da draußen mach ich doch nicht großartig Sport. Ohne Sport geht's leider nicht, liebe Zuschauer. Sie möchten sich ein bisschen fit halten, Sie möchten sich trotz des Wetters bewegen, denn Ihr Organismus braucht es ganz einfach und vielleicht möchten Sie auch noch das ein oder andere lästige Pfund loswerden. Vibrationstraining ist genau das richtige Stichwort, was wir Ihnen jetzt zeigen werden, denn mit Vibrationstraining machen wir jeden richtig fit und es gibt momentan, glaube ich, kaum eine Produktgruppe, Kati, die so beliebt ist bei unseren Zuschauern, gerade im Bereich Sport, im Bereich allgemeinem Wohlbefinden, wie unsere tollen Vibrationstrainer. Was macht für Dich den Reiz aus? Du bist auch so begeistert davon. Vibrationstraining ist einmal für jeden wirklich bestens geeignet, das ist halt ganz attraktiv am Vibrationstraining. Also egal, wie alt Sie jetzt auch sind, vielleicht haben Sie auch schon lange gesagt, Sport ist nichts mehr für mich und ich habe noch nicht die richtige Sportart für mich gefunden oder Sie haben einfach schon lange auch keinen Sport mehr gemacht. Fangen Sie mit Vibrationstraining an. Vibrationstraining ist für jeden bestens geeignet, in jedem Alter bestens geeignet, auch wenn man schon lange nichts mehr gemacht hat, ist Vibrationstraining eine tolle Art, den Körper wieder zu bewegen, den Körper wieder ein bisschen fitter zu machen, den Körper zu aktivieren und seine eigenen Ziele umzusetzen. Vibrationstraining geht wirklich in jedem Alter und das Schöne am Vibrationstraining ist auch, dass man hier in einer ganz kurzen Zeitspanne sehr, sehr gute Erfolge erzielen kann. Vibrationstraining, Sie brauchen nur 10 Minuten pro Tag und das macht es ganz, ganz attraktiv. 10 Minuten Vibrationstraining pro Tag reichen völlig aus. Das klingt so schön, um wahr zu sein, oder? Und vor allen Dingen trainieren Sie zu Hause. Sie machen Sport zu Hause in einem wohltemperierten Raum, nicht unbedingt draußen in der Mittagshitze oder am frühen Morgen oder am späten Nachmittag irgendwo bei horrenden Temperaturen laufen gehen. Ist bei diesen Witterungsbedingungen mitunter sogar gefährlich, wenn man nicht unbedingt geübter Sportler ist. Selbst für geübte Sportler wird es da schon etwas stramm. Und 10 Minuten täglich, liebe Zuschauer. Die haben auch Sie. Wir haben jetzt hier unser erstes Vibrationstraininggerät vor uns stehen. Und das liefern wir Ihnen für 237 Euro und 41 Cent. Nicht nur bis direkt vor die Haustür innerhalb von zwei bis drei Werktagen. Sie bekommen es auch noch Porto- und Versandkosten frei. Und Sie bekommen von uns jetzt, wenn Sie heute zugreifen, nicht nur einen spitzenmäßigen TV-Sonderpreis, sondern auch eines der beliebtesten Vibrationstraininggeräte, die wir jemals angeboten haben. Tausende haben wir davon verkauft. Mehrfach war es schon ausverkauft. Und die Stückzahlen, die wir noch haben, sind sofort lieferbar. Wenn Sie also auf ein Ziel hintrainieren möchten, auf einen schönen Urlaub oder allgemein einfach mal wieder ein bisschen was tun möchten, vielleicht doch nach langer Abstinenz, ist das genau das richtige Gerät. Auf zwei Ebenen werde ich hier sogar trainiert, Tati. Hier gibt es bei diesem Gerät zwei Vibrationsarten. Einmal die horizontale Vibration, die man hier in 15 Stufen schalten kann. Und dann eine Vibration selber in der Platte, die ich dann noch mit kombinieren kann. Ich würde immer raten, beide Vibrationen dann auch zu kombinieren, damit man hier ein optimales Ergebnis erzielt. Beide Vibrationen halt bis zu 15 Stufen zu schalten. Und man sieht hier die Platte sehr schön großzügig gehalten. Das Gerät hier ist wirklich sehr, sehr schmal auch gebaut. Also wir haben hier einen sehr flachen Vibrationstrainer, der perfekt in jede Wohnung passt. Das ist auch das Schöne an diesen Vibrationstrainern, die wir jetzt hier zeigen. Den schiebe ich mal eben nach dem Sport, aber unter das Sofa, dann ist der aus den Augen raus. Genau, das ist fantastisch. Also ein sehr kompaktes Gerät. Zwei Vibrationsarten, die hier kombiniert werden. Und diese Vibration der Platte, die wird hier dann hochgeleitet in den Körper. Und die Muskulatur im Körper reagiert automatisch auf diese Vibration. Das ist das Spannende beim Vibrationstraining. Man muss jetzt hier gar nicht aktiv irgendwas tun. Deshalb ist Vibrationstraining auch wirklich für jeden bestens geeignet. Auch für Menschen, die lange nichts gemacht haben. Auch für so diejenigen, vielleicht unter Ihnen, die so ein bisschen Sportmuffel sind, die immer überlegt haben, oh, was soll ich denn machen? Ich kann mich nicht so gut überwinden. Man hat immer diesen inneren Schweinehund. Den habe ich auch. Das ist wirklich immer so, dass man denkt, oh, ich möchte nicht. Aber hier geht das jetzt ganz, ganz einfach, weil Sie schalten das Gerät einmal an. Am Anfang ruhig eine kleine Vibrationsstufe wählen. Sie haben rechts und links die Expander mit dabei. Die nehmen Sie dann einfach in die Hand. Da können Sie sich am Anfang sehr schön daran festhalten. Später auch die Arme mittrainieren. Und dann wird sich einfach auf das Gerät draufgestellt. Und zwar so circa schulterbreit. Also einfach draufstellen. Die Knie leicht gebeugt lassen. Und dann einfach eine Spannung im Körper aufbauen. Bauch ein bisschen festmachen, hinten den Popo ein bisschen anspannen. Und man merkt sofort, da passiert was im Körper, weil die Muskeln im Körper automatisch anfangen zu arbeiten. Sie haben die Expander, um sich festzuhalten. Und Sie sehen, da geht es gleich richtig los. Schauen Sie mal hier bei mir. Da, die Beinmuskulatur. Das spannt sich alles automatisch an. Die Vibration der Platte wird in den Körper hochgeleitet. Die Muskeln im Körper fangen sofort an zu arbeiten. Fangen hier sofort an, sich anzuspannen. Und das im gesamten Körper. Schauen Sie mal hier meinen Bauch. Hinten meinen Popo. Alles ist am Arbeiten. Der gesamte Bereich hier. Gerade dieser Problem zum Bereich. Viele haben den Bauch. Viele haben Probleme mit den Oberschenkeln. Hinten mit dem Popo. Und sagen, in diesem Bereich möchte ich gerne abnehmen. Da möchte ich gerne was tun. Fangen Sie mit Vibrationstraining an. Das ist die Lösung für diese Probleme. Gerade wenn man in dem Bereich was tun möchte. Wenn man sagt, ich möchte da meinen Oberschenkelumfang reduzieren. Vielleicht Bauch. Ich möchte ein paar Kilo abnehmen. Man merkt das sofort. Das strafft sich plötzlich automatisch. Wenn man sich auf das Gerät draufstellt. Spannt sich dann. Wenn man ein bisschen Spannung auf den Bauch gibt. Knie leicht gebeugt. Sofort spannt sich alles an. Und man sieht es sofort. Ja, schau mal. Das wird alles sofort. Fass mal an. Da merkt man sofort die Vibration. Da wird alles sofort richtig, richtig fest. Das spannt sich sofort alles an. Man hat hier sofort diese Spannung drin. Das kommt sofort von alleine. Das ist sensationell. Also Vibrationstraining. Das Beste, was es gerade für diesen Problemzonenbereich dann gibt. Wobei natürlich die Vibration in der Hüftgegen nicht aufhört. Wir sehen also auch hier die Bewegung noch bis in die Schulter hinein. Kann man das in Zahlen ausdrücken? Wie viel Muskulatur oder wie viel Prozent der Muskulatur? Wir hier ansprechen. Das kann man. Mit einem Vibrationstrainer kann man über 90 Prozent der Muskeln im Körper ansprechen. Mit einem einzigen Vibration. Über 90 Prozent der Muskeln. Das geht, weil hier bei einem Vibrationstrainer auch die Tiefenmuskulatur mit angesprochen wird. Und das ist ganz wichtig, denn Vitalität beginnt natürlich einmal im Kopf. Und ein Vibrationstrainer fördert die Durchblutung, stärkt die Muskulatur, stärkt das Skelett, stärkt die Nerven. Die Knochen werden gestärkt, die Gelenke werden geschont. Der gesamte Bewegungsapparat wird hier beim Vibrationstraining angesprochen. Deshalb fangen Sie bitte mit Vibrationstraining an. Und das ist die beste Möglichkeit, hier zu trainieren. So und liebe Zuschauer, Sie bekommen von uns natürlich die Komplettlösung. Das heißt, Sie suchen eine Steckdose, stecken ein, suchen sich einen Frequenzbereich Ihrer Wahl. Auf zwei Ebenen haben Sie 15 verschiedene Stufen. Perfekt auf Ihren Fitnesslevel einstellbar. Und natürlich ist auch die Fernbedienung mit dabei, dass Sie ganz komfortabel auch mal die Intensität steigern oder herabsetzen können. Das merken Sie selber innerhalb kürzester Zeit, wie gut Sie damit zurechtkommen. Die Expander sind mit dabei und das Ganze liefern wir Ihnen auch noch Porto- und Versandkosten frei. Schön ist, liebe Zuschauer, dieser Vibrationstrainer ist lieferbar und das war oftmals nicht der Fall. Wir haben häufig Ausverkäufe vermelden müssen. Wir haben unsere Gerätschaften vor Ort. Das heißt, wir können innerhalb von zwei bis drei Werktagen liefern. Mit der NX1104 und der 569. Worauf warten Sie? Sie haben eine Lösung gesucht und wir servieren Sie Ihnen gerade auf dem Wilbertablett und das zu spitzen Konditionen. Der Effekt wird deutlich sichtbar sein. Und Kathi, man hört doch lieber die Sätze, Mensch, du siehst gut aus. Hast du dich neu verliebt? Warst du im Urlaub? Was hast du denn gemacht? Klasse, als wenn man hört, du bist müde oder mach mal ein paar Tage Auszeit, schlaf dich mal wieder richtig aus, oder? Jetzt sind wir beim zweiten Trainingsgerät angekommen und das ist meines Wissens das Gerät, was bei dir auch zu Hause steht. Das ist mein Vibrationstrainer, der bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer vor dem Fernseher steht. Das ist schon ein richtiges Profigerät. Ist ein bisschen größer, aber wenn Sie den Platz zu Hause haben, das ist meine absolute Empfehlung. Der ist top ausgestattet. Wir haben hier bei diesem Gerät 50 Vibrationsstufen, die man anwählen kann. Genau, 50 Vibrationsstufen. Und hier natürlich allerlei Extras mit dabei. Wir haben hier Lautsprecher im oberen Teil mit dabei. Da kann man jetzt gerne mal sein Smartphone anschließen, MP3-Player oder auch ein Tablet. Man kann das dann auch schön hier oben drauflegen. Man hat hier bei dem Gerät auch hier die Timer-Funktion mit dabei, um dann zum Beispiel auch direkt zu sehen, wann sind die 10 Minuten vorbei. Aber 10 Minuten vergehen so schnell, Sie werden es lieben. Gerade wenn Sie das Gerät vor dem Fernseher stehen haben, ruckzuck ist es dann vorbei. Das ist ein Bild bei mir aus dem Wohnzimmer übrigens, liebe Zuschauer. Das ist mein Wohnzimmer. Da sehen Sie, bei mir steht das direkt neben dem Sofa vor dem Fernseher. Also das ist jetzt bei mir zu Hause. Das ist natürlich auch eine tolle Idee, es direkt vor den Fernseher zu stellen. Unterm Strich gesehen, abends bei der Tagesschau bin ich ja nicht mehr beim Wetter angekommen. Da bin ich hier mit meinen 10 Minuten doch schon locker durch. Ich mache das immer wieder dann halt zwischendurch. Ich sieht man auch, ich habe die Hanteln draufliegen. Ich trainiere halt gerne mit Hanteln dann mit dem Vibrationsstrainer. Und ich habe es da feststehen. Es ist ein super Platz, ich steige immer wieder drauf. Und das Witzige ist, wenn ich Besuch habe, meine Gäste, die sagen immer gleich, oh, du hast einen Vibrationsstrainer, wow, darf ich da auch mal draufsteigen? Das ist ja toll, ja. Und das ist ein tolles Gerät, auch gerade für Einsteiger, auch wenn Sie ein bisschen unsicherer sind, würde ich dieses Gerät empfehlen. Auch gerade für die älteren Menschen ist dieser Vibrationsstrainer sehr schön, weil man hier die Handgriffe mit dabei hat. Das ist nochmal Sicherheit pur, ne? Handgriffe sind einfach Sicherheit. Sie haben hier diese Haltemöglichkeit immer mit dabei, gerade wenn Sie sich auf das Gerät dann auch draufstellen. Sie können sich immer direkt festhalten an den Haltegriffen. Sie haben hier in den Haltegriffen selber die Pulsmesser mit dabei. Man hat direkt auch immer diese richtige Standposition, dass man immer ein bisschen in die Knie geht. Sie sehen auch hier direkt, wie schön dann die Muskulatur hier angesprochen wird. Sofort spannt alles an. Wieder genau dieser Problemzonenbereich, hinten der Poppes, hinten natürlich die Oberschenkel. Da wird sofort der Trainingseffekt sichtbar, die Muskulatur spannt an. Auch hier diese Problemzonen werden sofort wieder trainiert. Wenn man gerade in diesem Bereich das Ergebnis nochmal verstärken möchte, kann man dann natürlich auch mal versuchen, auf die Zehenspitzen zu gehen und versuchen, ein bisschen weiter runter zu gehen. Und das geht natürlich jetzt durch diese Griffe nochmal ganz besonders gut. Du hast die Stabilität, die du brauchst. Genau, man kann sich halt festhalten. Deshalb ist natürlich so ein Vibrationstrainer da nochmal ein bisschen effektiver, weil man halt immer diese Haltemöglichkeiten hat. Man hat einfach immer diese Sicherheit, diesen Stand. Man kann den Puls immer zwischendurch an den Pulsmessern dann auch kontrollieren. Man muss trotzdem auf nichts verzichten, weil man hier trotzdem auch die Expander mit dabei hat. Und Sie sehen hier auch nochmal Übungsvarianten. Denn durch die Haltegriffe hat man auch eine größere Übungsvielfalt, die man machen kann. Also auch zum Beispiel mal Übungen auf einem Bein oder Übungen, wo man sich auch in das Gerät hineinhängt zum Beispiel. Das ist hier mit diesem Vibrationstrainer, mit den Haltegriffen sehr schön möglich. Es gibt bei diesem Gerät jetzt auch zum Beispiel voreingestellte Programme, die man nutzen kann. Ja, ich habe es gesehen, hier vorne auf dem Display sind die Bilder abgedruckt mit den entsprechenden Bezeichnungen dazu. Das sind jetzt nochmal spezielle Übungen, die also wirklich eher in den Profibereich hineingehen. Da ändert sich die Vibration dann auch automatisch innerhalb dieser Programme. Also steigt dann innerhalb der Programme automatisch ein bisschen an, nimmt dann plötzlich wieder ein bisschen ab. Also das sind dann diese vorgefertigten Programme, die man hier hat. Die können Sie dann im Verlauf auch mal nutzen. Also hier ein richtiges Profigerät. Diese Geräte haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Mittlerweile stehen ja Vibrationstrainer auch bei vielen Physiotherapeuten. Mittlerweile stehen Vibrationstrainer auch in vielen Fitnessstudios. Und das ist hier so ein richtiges Profigerät. Also da, wenn Sie den Platz zu Hause haben, meine absolute Empfehlung. Damit machen Sie alles richtig und können wirklich Ihren gesamten Körper optimal mit ganz vielen Übungen dann auch trainieren. Die Einsteiger haben hier ein sehr sicheres Gerät und können sich dann immer perfekt steigern. Und man hat beim ersten Mal draufstehen auf dem Gerät sofort diesen tollen Effekt. Und man kann sich dann ja mit jedem Tag, mit jedem 10 Minuten Training hier einfach wohler fühlen, besser fühlen, den Körper optimieren, die Problemzonen optimieren, dann ein Pfund nach dem anderen abnehmen. Das ist so ein tolles Gefühl einfach. Das fühlt sich gut im ganzen Körper an. Das ist auch das, was man immer wieder von unseren Kunden hört. Natürlich auch von unseren Kollegen, die so einen Vibrationstrainer zum ersten Mal getestet haben. Unter anderem auch Kollege Ralf Jansen. Ich weiß noch, als ich ihn kennengelernt habe. Ich will ihm nicht zu nahe treten, um Gottes Willen. Aber er hatte definitiv deutlich mehr Umfang. Also er war da etwas korpulenter unterwegs. Ich glaube im letzten Jahr um die 30 Kilo hat der Mann nachgelassen. Mit ein bisschen Ernährungsumstellung. Der sieht von Tag zu Tag jünger aus. Das ist Wahnsinn. Und er sagte auch, Mensch, ich bin da ganz einfach emsig dabei morgens, wenn die Kaffeemaschine läuft, bevor ich das erste Mal ins Badezimmer gehe. Einfach mal schnell 10 Minuten drauf, dann habe ich mein Tagespensum durch. An einem guten Tag mache ich auch nochmal 5 Minuten extra. Und man sieht es ihm an. Schau dir das an. Und selbst seine Frau Mama, mittlerweile auch schon stolze, ich meine 75, 76 Jahre, stellte sich ja auch mal im letzten Jahr drauf und fing sofort an zu grinsen. Und sie hat viele Jahre nichts mehr gemacht. Hat keine Zeit dafür gehabt. War auch gesundheitlich nicht unbedingt immer so auf der Höhe dabei. Sie sagte auch, Mensch, das ist ein Sofort-Effekt. Sie kam nach 10 Minuten runter und sagte, ich fühle mich irgendwie, irgendwie fühle ich mich beschwingend, sagte sie. Ich glaube, das war das richtige Wort, was sie dafür benutzt hat. Und ich denke, dass das auch andere deutlich, deutlich wahrnehmen werden, dass man sich ganz einfach körperlich verändert, körperlich deutlich verbessert. Und das sieht man den Menschen ganz einfach an, die Vibrationstrainer benutzen. Und hier eben nochmal mit einer größeren Übungsvielfalt, mit Pulssensoren hast du gesagt, an der Seite. Das heißt, ich kann auch meine Herzfrequenz super kontrollieren. Man kann wunderbar seinen Puls trainieren. Man hat hier auch diese tolle Vibrationsfläche, 50 Vibrationsstufen, Timer mit dabei. Also hier das Komplettpaket für Sie. Sie sehen es auch immer im Display sehr schön, wenn Ihre Trainingszeit dann vorbei ist. Lautsprecher halt gerade zur Motivation dann mit dabei. Das ist hier wirklich das Komplettpaket, also ein richtiges Profigerät. Also wie gesagt, also meine absolute Empfehlung. Ich habe es selber zu Hause, deshalb bin ich von diesem Gerät auch so begeistert. Sie haben auch noch den kleinen Halter für die Trinkflasche mit dabei, haben Sie gesehen. Ich habe das jetzt hier ein bisschen nicht braucht für meine Moderationskarten. Aber hier kann natürlich auch direkt dann eine Trinkflasche rein. Das ist hier optimal. Liebe Zuschauer, ein richtiges Profigerät. Und zum Amateurpreis von 303,91 Euro. Wir haben hier eine unverbindliche Preisempfehlung seitens des Herstellers, die bei knapp 700 Euro liegt. Und da sind wir natürlich auch jetzt in einem Bereich, wo man vielleicht nochmal eine Nacht oder zwei drüber schlafen möchte, ob sich diese Investition lohnt, ob man dabei bleibt. Liebe Zuschauer, ich garantiere Ihnen schon fast ein-, zweimal auf so einem Vibrationstrainer mal die zehn Minuten durchgehalten. Sie erleben Ihren Körper auf eine Art und Weise, wie Sie ihn wahrscheinlich schon seit vielen Jahren nicht mehr erlebt haben. Das ist einfach fantastisch. Speziell dieses Gerät, auch nochmal mit dem Klinkeranschluss, die Stereo-Lautsprecher integriert. Musik, Hörspiel oder vielleicht auch mal mit einem Filmchen einfach mal die Zeit ein wenig vertreiben. Weil unterm Strich gesehen, Kati, mache ich ja eigentlich nicht wirklich aktiv etwas. Ich stehe drauf und lasse mich passiv trainieren. Und das mit der NX1107 und der 569. Porto und Versand kostenfrei lieferbar natürlich. Und innerhalb von zwei bis drei Werktagen bei Ihnen dann auch zu Hause. Jetzt haben wir ein Gerät, liebe Zuschauer, bei dem ich Sie um ein bisschen Geduld bitten möchte. Und das sage ich Ihnen jetzt schon seit einigen Tagen. Aber so langsam aber sicher nähern wir uns dem nächsten Auslieferungstermin. Die nächste Lieferung, die uns unser Zulieferer avisiert hat, ist schon ausverkauft. Die übernächste Lieferung ist auch schon komplett vergriffen. Aber die Lieferung, die am 26. Juli bei uns im Hause eintreffen wird, die ist noch zur Hälfte zu haben. Also wir haben da eine Liste aufgemacht, weil wir einfach möchten, weil wir wissen, dass Sie heiß drauf sind auf die Vibrationstrainer. Und wir möchten einfach, dass Sie sich rechtzeitig zum einen den günstigen TV-Sonderpreis sichern können und zum anderen, dass Sie ein fantastisches Vibrationsgerät bekommen. Was ist es an diesem Gerät so besonders? Warum kaufen die Leute das momentan, als wenn es kein Morgen gäbe? Ja, Sie haben wahrscheinlich jetzt gerade den Preis gesehen. 123,41 Euro. Da ist der Grund schon da. Also das ist natürlich unser Preis-Leistungs-Hammer. Das ist hier eine richtige Sensation, die wir hier möglich machen. Ein Vibrationstrainer in dieser Größe jetzt auch hier. Ganz flach gebaut. Den kann man wunderbar zu Hause überall drunter schieben. Der ist perfekt, wenn man ein kleines, kompaktes Gerät sucht. Das sind 99 Vibrationsstufen, die wir haben. Und wir haben die Expander im Lieferumfang mit dabei. Wir haben die Fernbedienung im Lieferumfang mit dabei. Das Komplettpaket für 123,41 Euro. Das ist eine Sensation. Und deshalb ist der heiß begehrt. Und deshalb bitte sofort auf die Vorbestellungsliste setzen lassen. Dann haben Sie den Preis von 123,41 Euro auch gesichert. Aber das muss jetzt ruckzuck gehen. Weil ansonsten ist die Lieferung dann auch wieder komplett ausverkauft. Also deshalb da haben wir wirklich hier einen Preis möglich gemacht, der seinesgleichen sucht. Wer mit dem Vibrationstraining anfangen möchte und ein günstiges Gerät sucht und sagt, ich möchte da nicht allzu viel Geld investieren, hier bitte zugreifen. Weil bei 99 Vibrationsstufen, die ich hier habe, habe ich wirklich viele Möglichkeiten. Ich kann den schön hochschalten dann auch mal. Ich habe hier selbstverständlich auch die Timer-Funktion mit dabei. Das ist ja ganz wichtig. 10, 15 Minuten reichen völlig aus pro Tag. Und dann können Sie sich selber natürlich auch bei 99 Vibrationsstufen wunderbar steigern. Eine schöne großzügige Vibrationsfläche, die Sie hier haben. Und auch hier wieder. Und mal für Schuhgröße 43, 44 für die ausgewachsenen Kerls natürlich super gemacht. Und liebe Zuschauer, natürlich wissen wir, dass der ein oder andere natürlich immer noch mal mit ein bisschen Skepsis rangeht an die Thematik. Man hört sehr viel drüber, man liest sehr viel drüber, man sieht sehr viele Prominente auf diesen Vibrationstrainern stehen. Sie haben bestimmt auch schon im Befreundes- und Bekanntenkreis über dieses Thema schon mal diskutiert. Jetzt möchte man aber vielleicht doch nicht unbedingt dann gleich 200, 300, 400 Euro auf den Tisch legen. Und dann kommen wir von Kölk TV und zeigen Ihnen so einen fantastischen, verarbeiteten Vibrationstrainer mit 99 Stufen für jeden Fitnesslevel. Perfekt vom Einsteiger bis zum Vollprofi für 123,41 Euro. Es ist eigentlich kein Wunder, dass wir da so große Stückzahlen pro Präsentation rausgeben. Denken Sie bitte daran, die nächste und die übernächste Lieferung ist bereits vergriffen. Die dritte, die wir am 26.07. von heute an erwarten, da sind noch einige Modelle frei. Sie sollten jetzt anrufen. Die Leitungen sind zum Teil frei oder auch gerne online bestellen. Denn dann sichern Sie sich heute den tollen TV-Sonderpreis und können davon ausgehen, zu 100 Prozent, dass wir Ihnen das Gerät dann spätestens einen Tag, nachdem die Lieferung bei uns angekommen ist, auch nach Hause schicken. Ein super Preis. Normalerweise haben wir einen Einstiegspreis von knapp 300 Euro, sagt der Hersteller. Kati, ich habe das Gerät in einer anderen Farbgebung, aber auch schon mal in so einer Dauerwerbesendung gesehen. Kann das sein? Aber da waren es 400, 450 Euro. Ja, genau. Deshalb greifen Sie hierzu, sichern Sie sich den tollen TV-Sonderpreis mit Expandern, mit der Fernbedienung. Und Sie sehen ja unten gerade jetzt schon die Kundenbeiträge durchlaufen von den Kunden, die das Gerät bestellt haben. Da kam gerade ein Kundenbeitrag aus Magdeburg rein. Nach wenigen Trainingseinheiten war eine deutliche Wirkung spürbar. Das freut uns natürlich immer sehr, wenn Sie da so tolle Trainingserfolge dann mit dem Gerät erzielen. Legen Sie los. Also Grundpositionen auch hier wieder selbstverständlich. Einfach auf das Gerät draufstellen, so schulterbreit, Knie leicht gebeugt. Das ist immer wichtig. Und dann die Spannung aufbauen. Also Bauch reinziehen, so ein bisschen festmachen, Popo hinten anspannen und dann halten. Sie können hier die Expander wieder dazunehmen, um sich festzuhalten oder um natürlich auch die Arme mit zu trainieren. Sie können aber auch zum Beispiel, das sehen Sie bei mir auch immer, hier vorne einfach die Hände so ein bisschen verschränken, um dann die Spannung auch aufzubauen und zu halten. Das mache ich sehr gerne. Dann fällt es mir immer leichter, dann auch den Bauch reinzuziehen und die Spannung dann dementsprechend zu halten. Und wenn Sie dann möchten, wenn Sie diese Haltung schon speziell und gut können, können Sie dann auch anfangen, so ein bisschen mit Knie beugen. Gerade natürlich auch wieder hier Problemzonen. Popo, Oberschenkel, Bauch trainieren. Der soll weg, der Bauch. Ja, dann schön halten auch mal, unten bleiben. Versuchen Sie mal, wie lange Sie unten bleiben können. Halten, 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 Bauch schön reinziehen. Da geht der Bauch weg, ja, da wird alles gestrafft. 123,41 Euro. Jetzt den TV-Sonderpreis sichern, direkt in die Leitung gehen und vorbestellen. Und dann geht es los mit Ihrem Ganzkörpertraining. Sie machen jetzt den ersten Schritt in Ihr neues Leben und bestellen sich einen Vibrationstrainer. Genau so ist es, liebe Zuschauer. Haben Sie bitte bei diesem Gerät noch ein wenig Geduld. Am 26.07. kommt die nächste Lieferung, aus der wir unsere Kunden, die heute, die jetzt anrufen, bedienen können. Das sind nur noch wenige Tage, also da bitte noch etwas Geduld. Aber wir haben uns gedacht, Mensch, wir zeigen es. Wir machen die Warteliste ganz einfach auf, weil wir eben wissen, dass wir ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis für Sie hier bereithalten. Und das Training werden Sie lieben. Auch mal zur Muskelentspannung, auch mal zum Auslockern der Muskulatur. Einfach ein tolles Gerät. Testen Sie es mal aus. Sie werden begeistert sein vom Vibrationstraining. Das ist die NX-7256 und die 569. Und begonnen haben wir, und wir fassen noch mal kurz zusammen, mit einem der beliebtesten Vibrationstrainingsgeräte, die wir jemals vorgestellt haben. Ich behaupte, eines der beliebtesten Vibrationstrainingsgeräte auf dem Markt. Unser Allrounder für 237,41 mit der NX-1104 und der 569. Trainieren wir die Profis zum Preis eines Amateurs und das auf zwei verschiedenen Ebenen, Kathi. Zwei Vibrationsarten, die hier kombiniert werden mit jeweils 15 Vibrationsstufen. Das Gerät ist jetzt lieferbar, deshalb hier bitte dann direkt zugreifen. Dann ist das Gerät auch innerhalb von zwei bis drei Werktagen bei Ihnen zu Hause. Zehn Minuten Training reichen völlig aus. 237,41 Euro. Die NX-1104 und die 569 da direkt zugreifen, bevor es wieder komplett vergriffen ist. Und danach sind wir zu meinem Vibrationstrainer gekommen. Das große Profimodell für Sie mit den Haltegriffen, mit den vielen Extras, das wir Ihnen zeigen durften. Hier zum TV-Sonderpreis von 303,91 Euro. Da haben Sie das Komplettpaket. Sie haben hier die Trainingsexpander mit dabei. Sie haben selbstverständlich auch die Pulsmesser mit dabei. Bei 50 Vibrationsstufen hat das Gerät, aber auch einige Automatik-Modi, die Sie anwählen können hier. Dann natürlich Timer-Funktion, Getränkehalter mit dabei. In den Haltegriffen halt für die Sicherheit, aber auch zur Übungsvielfalt dann auch noch die Pulsmesser verbaut. Also ein Komplettpaket für 303,91 Euro. Ein richtiges Profigerät, das Sie hier perfekt trainiert, Ihren gesamten Körper trainiert. Meine absolute Empfehlung an der Stelle, selbstverständlich, ich habe das Gerät zu Hause. Die NX-1107 und die 569 ist hier Ihre Bestellnummer. Auch dieses Gerät ist momentan lieferbar und innerhalb von zwei bis drei Tagen bei Ihnen zu Hause. Oder Sie bestellen vor. Genau, liebe Zuschauer, und bitte, das sollten Sie tun. Wir sind jetzt hier beim Preis-Leistungs-Sieger. Das kann man ruhigem Gewissen zu sagen. Einen fantastischeren Preis für ein Vibrationstrainingsgerät in dieser Qualität werden Sie wahrscheinlich nirgendwo anders finden. Suchen Sie ruhig, gucken Sie sich ein bisschen um. Aber liebe Zuschauer, ganz ehrlich, wenn Sie jetzt heute nicht zugreifen, kann ich Ihnen morgen nicht mehr versichern, dass wir Sie tatsächlich ab dem 26.07., wenn wir die nächste freie Lieferung erhalten, tatsächlich noch bedienen können. Es ist der Preis-Leistungs-Sieger, es ist eine fantastische Vibrationsmaschine. 99 Frequenzstufen haben wir vom Einsteiger bis zum absoluten Vollprofi. Nicht nur für den Muskelaufbau, sondern auch zur Gewichtsreduktion, zum körperlichen Wohlbefinden und der Sofort-Effekt. Den bestätigen uns Dutzende unserer Kunden, Hunderte unserer Kunden, die das Vibrationstraining für sich schon entdeckt haben. Deswegen bitte zugreifen, die Leitungen sind jetzt frei. Die 0181, 51, 51 und dreimal die 2 ist hier die Rufnummer mit dem Lieferumfang enthalten. Die Expander natürlich, die Fernbedienung und eine von der Qualität her und vom Effekt her fantastische Vibrationstrainingsmaschine. Den haben wir für Sie mit der NX 72 56 und der 569. Und man muss ganz klar sagen, Kathi, das ist ein fantastisches Gefühl. Ich kenne es selber in meiner Reha-Geschichte mit meinem Bein, aber auch hier für sportlich versierte Menschen genau das Richtige. Fühlt sich toll an, oder? Ja, legen Sie los, machen Sie diesen ersten Schritt, fangen Sie mit Vibrationstraining an, verändern Sie Ihren Körper. Tun Sie es, bestellen Sie jetzt und dann geht es los mit dem Training, machen Sie diesen ersten Schritt in Ihr neues Körperbewusstsein, in Ihr neues Leben. Es geht wirklich ganz, ganz einfach mit Vibrationstraining, man muss es jetzt nur tun. Viel Freude damit.